Kapitel 5 Auerbachs Keller in Leipzig Faust fühlte sich unangenehm klaustrophobisch unter Mephistos Mantel. Es war eng und außerdem müffelte es nach Schwefel. Faust wusste nicht, wo Mephisto diesen Geruch aufgenommen hatte. Wahrscheinlich roch es in der Hölle so. In diesem Moment fiel der Umhang von Faust ab und er landete auf der harten Straße. Der Aufprall schmerzte, aber er fühlte sich frei. Der Schwefelmief verschwand und er konnte wieder reine, sauerstoffgetränkte Luft atmen. Mephisto sah den am Boden liegenden und röchelnden Faust an. Spiel dich nicht so auf, so übel war es doch gar nicht. Was war denn der Geruch? Der Geruch? Oh Mist, ich habe die Eier total vergessen. Mephisto holte sich zwei wirklich schlimm aussehende Hühnereier aus seiner Hosentasche. Faust starrte die Eier an. Wieso haben sie... Oh, vergessen sie es. Er tat das Gespräch mit einer Handbewegung ab. Wo sind wir? Mephisto warf die Eier in einen naheliegenden Busch. In Leipzig. Hier ganz in der Nähe ist einer der heißesten Nachtklubs, die diese Epoche zu bieten hat. Auerbachs Keller. Mephisto präsentierte den Namen mit einer ausschweifenden Handbewegung. Und da heute Ostern ist, wird da echt die Hölle los sein. Tja, der Weinkeller ist zwar nicht ganz so scharf wie die Clubs im 21. Jahrhundert, aber im Moment müssen wir das Wunder akzeptieren. Faust stand auf und sah sich um. Es war dunkel geworden. Die Uhr schlug fast neun. Auf der Straße waren vielleicht ein, zwei Leute zu sehen. Sonst niemand. Er drehte sich zu Mephisto um und bemerkte, dass dieser bereits ein Stück gegangen war, ohne es Faust zu sagen. Mephisto rief nach ihm. Kommst du jetzt oder setzt du da Wurzeln an? Worauf Faust die Beine in die Hand nahm und Mephisto nachheilte. Als er dort war, begann Mephisto wieder zu quasseln. Du erlebst das Nightlife nicht oft, hab ich recht? Ich bring dir mal was Wichtiges bei, was du zu wissen hast. Behälte immer dein Glas im Auge, damit da nichts reinkommt, was da nicht sein sollte. Versuch nicht umzufallen und du wirst einfach zertrampelt. Oh, und wenn dir jemand sagt, er wüsste genau worauf du gerade Lust hättest, dann glaub mir, er lügt. Ein beklemmerndes Gefühl machte sich in Faust breit. Das klang alles etwas beunruhigend. Er hatte keine Ahnung, was da auf ihn zukam. Er konnte nur abwarten und das Beste hoffen. Die Stille wurde von Mephistos Stimme zerschnitten. Wir sind da! In Auerbachs Keller herrschte Bombenstimmung. Das Oktoberfest wurde ausgelassen gefeiert. Eine kleine Gruppe von Musikanten spielte ihre Lieder und es wurde Wein und Bier in rauen Massen verzehrt. Obwohl dies eigentlich ein religiöses Fest war. Das schien die Leute dort allerdings nicht sehr zu interessieren. Niemand schaute auf, als Faust und Mephisto die Tür passierten. Zuallererst machte sich Faust ein Bild vom Weinkeller. Aber er stand aus vier Räumen. Im Moment konnte er allerdings natürlich nur einen sehen. Es war ein holzverkleideter Raum mit sieben Tischen darin. Komm hier rein, sagte Mephisto und führte Faust eine kurze Treppe nach unten in den Fasskeller, wo sie Platz nahmen. Dieser Raum war ein wenig kleiner als der erste. Hier gab es nur fünf Tische. Dafür tornte in diesem Zimmer ein riesiges Weinfass an der Wand, welches fast ein Viertel des ganzen Raumes einnahm. Der Boden war mit Holz verkleidet und an der Decke fand Faust einige wunderschöne Fresken. Es war nicht halb so schlimm, wie er es sich vorgestellt hatte. Faust war dermaßen fasziniert von den Fresken, dass er gar nicht realisierte, wie ein Kellner an ihren Tisch kam und Mephisto für sich selbst einen Chianti Classico Riservere und für Faust nur ein Bier bestellte. Nachdem er bestellt hatte, beäugte Mephisto Faust, welcher noch immer mit dem Kopf im Nacken und dem Mund weit geöffnet an die Decke starrte. Sieh halt zu, dass du den Tisch nicht voll sauberst. Diese Bemerkung ließ Faust aufschrecken. Bitte? Oh, tut mir leid. Faust ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Er blickte erstaunt Martin Luther, der sich mit der zerfetzten Kleidung und mit Schrammen und Beulen über seinem Körper zwei Tische weiter auf einen Stuhl fallen ließ. Ein großes Bier bitte. Sie haben ja keine Ahnung, was mir gerade passiert ist. Faust entschied sich, Mephisto nichts davon zu sagen, um etwaige Komplikationen zu vermeiden. Er besah Mephisto, der seine Chianti schlürfte und begann zu reden. Mephisto, ich habe nachgedacht und möchte dir gegenüber hier und jetzt meinen ersten Wunsch äußern. Ich möchte, dass du mich wieder jung machst. Ich will wieder die Welt erleben. Ich will alles sehen. Kein Problem, entgegnete Mephisto und begann wie ein Irrer zu grinsen. Aber zuerst will ich mich noch ein wenig amüsieren. Er sah sich etwas um, worauf sein Blick am Nachbarstisch hängen blieb. Dort saßen vier sehr hübsche Mädchen. Frischfleisch! Mephisto erhob sich majestätisch von seinem Sitz, watschelte drei Schritte zu eben jenem Tisch und ließ sich dort auf einen Stuhl fallen. Faust folgte ihm nur zögerlich. Mephisto begann zu reden. Hey, äh, ich habe meine Handynummer verloren. Dürfte ich? Offensichtlich fiel ihm gerade ein, dass er sich im 16. Jahrhundert befand und dass es Handys noch überhaupt nicht gab. Also brach er mit einem Satz ab und begann von neuem. Ich habe euch hier ganz alleine sitzen gesehen und habe mich gefragt, ob ich euch nicht auf ein Getränk einladen dürfte. Wie klingt das? Die Mädchen sahen ihn alle vier mit großen Augen an. Dann blickten sie auf Faust. Dann kicherten sie und dann erlaubten sie Mephisto tatsächlich, ihnen ein Getränk zu spendieren. Rheinwein! forderte die erste. Champagner! verlangte die zweite. Tokaja! gelüstete es die dritte. Und die vierte gab sich mit jedem Wein zufrieden, welcher es auch sein mochte. Als Reaktion schnappte sich Mephisto den Kerzenhalter, der auf dem Tisch stand, bohrte mit dem spitzen Ende jeweils ein Loch in jede Seite des Tisches und verstopfte die Löcher mit Wachs, welches er von der Kerze selbst entnahm. Er untermalte das Unterfangen mit den Worten. Trauben trägt der Weinstock, Hörner der Ziegenbock. Der Wein ist saftig, holzt die Reben. Der hölzende Tisch kann Wein auch geben. Ein tiefer Blick in die Natur. Hier ist ein Wunder, glaubet nur. So, und wenn ihr jetzt das Wachs da rauszieht, fließt unter Garantie der von euch verlangte Wein aus dem Tisch. Die vier Mädchen starrten Mephisto verdattert an. Wie auf Kommando brachen sie alle in schallendes Gelächter aus. Sie schauten allerdings wahrlich dumm aus der Wäsche, als es aus ihrem Tisch zu sprudeln begann und sie ihren Schoß mit Wein vollgekleckert auffanden. Sie hielten ihr Glas unter den Strahl und begannen fröhlich, den Wein aus dem Glas zu schlabbern. Mephisto beobachtete dies vielleicht zwei Minuten. Dann zog er eine hässlich, grinsende Gemaß entflüsterte. It's Showtime! Schlagartig gingen die Gläser der vier Damen einfach in die Luft und begannen zu brennen. Faust starrte gebannt auf den Tisch. Damit hat er wirklich nicht gerechnet. Er konnte überhaupt nicht so schnell denken, da hatte Mephisto ihn bereits auf die Beine gezogen und war mit ihm in die Mitte des Raumes gerannt. Die vier Ladies verwandelten sich mir nichts, dir nichts in Furien und gingen mit den Messern, welche auf dem Tisch gelegen hatten, auf Mephisto und Faust los. Falschgebild und Wort, verändern Sinn und Ort, seid hier und dort. Die vier Frauen blieben stehen, deren Pupillen weiteten sich und sie torkelten plötzlich unkoordiniert im Raum herum. Sie schwafelten über die schöne Aussicht und begutachteten jeweils die Nasen der anderen, im Glauben, es handelte sich dabei um Weintrauben. Mephisto klatschte in die Hände. Faust hörte Luther noch. Moment, den Kerl kenne ich doch! Schreien, und dann wurde er wieder in Mephistos Mantel und den Schwefelgeruch gehüllt. Als Mephisto und Faust verschwanden, herrschte in Auerbachs Keller Stille. Keine angenehme Stille, bei der man einschlafen konnte, sondern eine drückende Stille, die Angst machte. Keiner der Anwesenden, außer den vier Mädchen, hatte mitbekommen, was gerade passiert war. Die Mädchen erwachten aus ihrer Trance und fanden sich selbst komplett überrascht in Auerbachs Weinkeller stehen. Sie hatten keine Ahnung mehr, wie sie hierher gekommen waren und beschlossen, die Situation bestmöglich zu nutzen und sich auf einen Stuhl fallen zu lassen und ein schönes Bier zu bestellen.